Egal, ob ihr eure Augen ein kleines bisschen zum Strahlen bringen wollt, eure Augenform korrigieren möchtet oder ihr einfach nur Lust auf Farbe am Auge habt, Lidschatten ist die einfachste Form, eure Augen schnell zu transformieren. In diesem Video erkläre ich euch, wie ihr die perfekte Farbe für euch findet und ihr den Lidschatten am besten auftragen solltet, damit er auch lange hält. Die Farbe könnt ihr super nach eurer Augenfarbe aussuchen. Schaut, welche Augenfarbe ihr habt und geht dann einfach in die komplementäre Richtung. Bei grünen Augen wäre das zum Beispiel orange, was sich jetzt erstmal total wild anhört. Aber ihr könnt eure Augen damit grundieren und dann einen braunen Lidschatten darüber geben. Dann schimmert das nämlich nur noch ein bisschen durch und bringt eure Augenfarbe so richtig zum Strahlen. Eine Farbe, die echt immer passt, ist Mauve. Das ist sozusagen die Abkürzung. Und klar, wenn ihr Bock auf blau, rot, grün, pink habt, lasst es krachen. Da geht es ja dann eh um die Farbe und nicht darum, dass ihr einen stimmigen Look kreieren wollt, der eurem Auge schmeichelt. Auftragen könnt ihr den Lidschatten am besten so. Entfettet euer Augenlid und tupft einen Lidschattenprimer auf. Lasst ihn trocknen und wartet, bevor ihr eure Augen öffnet. Jetzt könnt ihr entweder den Lidschatten direkt auftragen oder ihr grundiert mit einem hellen Lidschatten bitte kein Fixingpuder verwenden. Der verschließt euch nämlich alles und dann könnt ihr nicht mehr draufschminken, weil der Primer nichts mehr annimmt. Im Zweifel greift er einfach zu einem hellen Lidschatten. Danach gebt ihr eure Wunschfarbe auf euer Lid. Wenn ihr das Gefühl habt, dass die Übergänge fleckig werden, könnt ihr entweder mit eurem Finger tupfen oder ihr nehmt einen hellen Lidschatten und bewegt euren Pinsel in kreisenden Bewegungen am Rand. Wenn ihr die Farbe intensivieren wollt, könnt ihr den Lidschatten entweder feucht auftragen oder aber ihr tupft ihn mit dem Finger auf euer Augenlid. Dadurch werden dann nämlich die Pigmente auf eure Haut gelegt. Mit dem Pinsel werden sie nämlich oft direkt wieder runtergepinselt. So, das war's schon wieder. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Tschüss!